Herzlich Willkommen zu einem weiteren Produkttest auf unserem Kanal. Heute werfen wir einen genauen Blick auf das NeaCasa M1 Katzenklo. Dieses selbstreinigende Katzenklo verspricht, die tägliche Pflege für Katzenbesitzer erheblich zu erleichtern. Durch die Kombination von modernem Design und innovativer Technologie stellt sich die Frage, ist die NeaCasa M1 wirklich so revolutionär, wie sie behauptet. Lassen Sie uns das gemeinsam herausfinden. Das auffälligste Merkmal der NeaCasa M1 ist zweifellos das offene Design. Anders als bei vielen herkömmlichen Katzentoiletten, die seitlich oder oben geschlossen sind. Bietet diese Katzentoilette eine großzügige, offene Fläche, die das natürliche Verhalten der Katzen fördert. Viele Katzen bevorzugen diese Freiheit, da sie sich sicherer und weniger eingeengt fühlen. Darüber hinaus ist das Gerät mit einer automatischen Selbstreinigungsfunktion ausgestattet, die nach jeder Nutzung aktiviert wird. Diese Pull-and-Wrap-Technologie schließt den Abfall sicher in einem Beutel ein und verhindert unangenehme Gerüche. Ein großer Pluspunkt, besonders für Haushalte mit mehreren Katzen. Ein weiteres Highlight der NeaCasa M1 ist die Integration der Steuerung über eine App. Hier können Besitzer die Nutzung der Katzentoilette überwachen und wertvolle Einblicke in die Gesundheit ihrer Katze erhalten. Die App sendet Benachrichtigungen, wenn das Streu nachgefüllt werden muss oder wenn es Zeit ist, den Abfallbehälter zu leeren. Für Katzenbesitzer, die viel unterwegs sind, bietet dies ein hohes Maß an Flexibilität und Sicherheit. Zusammengefasst bietet das NeaCasa M1 Katzenklo eine durchdachte Lösung für die alltäglichen Herausforderungen eines Katzenbesitzers. Mit ihrem offenen Design, der automatischen Reinigung und der App-Steuerung liefert sie beispiellosen Komfort und Hygiene. Wer auf der Suche nach einem innovativen, benutzerfreundlichen und vor allem katzenfreundlichen Produkt ist, sollte die NeaCasa M1 definitiv in Betracht ziehen. Wenn Ihnen dieses Review gefallen hat, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Produkttests zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.